Das ist jetzt der Fendt 939. Heiliger Bim Bam, der geht aber ab hier. Wahnsinn. Der hat voll Turbogas. Turbogas hat der. Cool. Der geht echt ab. Wahnsinn. Siehst du die Leute in der Firma? Ja, damit die Leute wirklich sehen, was dieser Traktor kann. Und auch der Klaas? Das ist der stärkste Metallbaukastentraktor der Welt, das sage ich dir. Aber nicht der Klaas ist der stärkste? Doch, der Klaas ist auch der stärkste. Walde sind die stärksten. Walde sind die stärksten. Und weiter geht's. Aber der kann nur mit Vollgas durch den Sand fahren, weil die Batterie nicht gerade ganz leer gefahren wurde. Genau. Super. 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 Super.